Heute im Test der Majestix-Vulkan in der Version Gold. Das Ganze gibt es ja auch in der Version Gold-Silber von Panda Feuerwerk. Das Ganze, schauen wir mal, ist eingestuft in Kategorie 2 mit der BAM-Nummer BAM-F2-0642. NEM-Zucker 230 Gramm, hier als Fontäne beschrieben. Das ist natürlich ein großer Vulkan. Artikelnummer GP1322. Ja, ansonsten ein gigantisches Teil. Mal im Vergleich hier der Color-Vulkan von Jorge. Ich denke mal, man sieht die Unterschiede. Könnte man schon fast denken, dass das eine Kategorie 4 Vulkan wäre. Geht auch ziemlich ans Maximum an der NEM. Ich glaube, Maximum ist ja 250 Gramm auf dem deutschen Markt erlaubt. Ja, gehen wir einfach mal testen. So, jetzt Vulkan Majestic Gold von Panda. Aktuell noch relativ schwach, wie ich finde. attributed mir. So, jetzt geht es schon. Also, jetzt geht es schon. Und jetzt geht es noch relativ, wie ich finde. Ich bin fast, weil's das nicht mehr so gut wäre. So, jetzt geht es schon. Und jetzt geht es schon. Gute Brenndauer, Effekthöhe jedoch nicht gerade wirklich berauschend für die Größe.